Was machst du denn hier ja was geht ab leute ich bin Paco und das ist Max Wir gucken die locks an heute wir hatten ein gespräch ob was geiler ist twitter oder tiktok ich bin übelst der twitter mensch auch in letzter zeit nicht mehr so aber trotzdem Und jetzt gucken wir noch mal paar tiktoks an Ihr Baby ist Boah Scheiße Digger genau wie mit meinem Arschloch Alter ich höre Ich kenn das wo der so durchsucht und irgendwann ins Grab rein fliegt Ja oh stimmt das Baby wird erwachsen und so ne ja 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 kenn ich Digger aber Realtalk das bin ich jeden Sonntag nach nem Bier Boah Scheiße Alter Genauso guck ich ja noch Sehr gut Ich würde dich kaputt hauen alter Ich würde dich kaputt hauen alter Aber Oha Oha Jucke Upgrade 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 Zu glück nicht alter aber es schmeckt voll eklig wahrscheinlich Ich habe es einmal gemacht vielleicht sogar zwei dreimal in meinem Leben Digga das ist nichts geiles man Guck mal mit 16 war ich so war ich so eine zeitlang war ich so übelst fitness addicted ne Digga ich habe mir die Jaja ich schwörs dir ich habe mir die ich habe mir rohe Eier einfach so reingeklatscht Mhm Aber es hat Der Bart den du heute hast ne Ja hört Digga also jetzt wirklich ne Ich hatte kein Fett also ich war wirklich übelst schlank Übelst schlank und ich brauchte Massephase und ich kam aus der Massephase nicht raus Und da hab ich dann Und da hab ich dann Ne ne da hab ich einfach aufgehört Mit der Massephase sondern mit dem Sport Mit dem Sport Digga Perfekt Bruder Ja Treppen gehen reicht auch Und rauchen Ja So you're saying it's alright me and you get married? Fuck no Come back I wanna marry you Get away from me Joke it Get away from me Joke it I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry Hahahaha Digga was ist da geschehen Did you need help with anything? No She thought God was talking Oh Gott Oh my god Do you need help with anything? Bro er hat sich aber voll verarschert Er war voll süß Oh man Ihhh Digga was ist das? Höh Eigentlich war das Essen wahrscheinlich geil aber ja das ist natürlich nicht gut wenn die Pfanne dann einfach nicht mehr Pfanne sein will und auf einmal entscheidet sich als etwas anderes zu identifizieren Ja noch nie warum? Okay aber let's go Sauvie Oha 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 Let's go Digga nice es endet auf jeden Fall Holy Beste Transformer Film den ich je gesehen hab Hahaha Michael Bay digga Er fehlt nur Spikes Illusion Oh shit Oh shit Ja Das ist klasse Oh hä Ich Weir Vans And like Bro Do you even skate? No Then take off their shoes Poser And show me their feet Yeah wiggle them around Yeah Oh yeah Haha Bro Want to be like alter Aber fühlst du das Digga? Ich füße ich finde so Füße voll nicht geil Ähm Also ich finde fühlst du jetzt nicht in meinem day to day life geil Sag ich dir ehrlich wie es ist Ja Aber fühlst du beim Liebesspiel Könnte man einbinden Habe ich jetzt aber auch noch nicht so oft aktiv gemacht Ja Ähm Digga Könnte man mal machen Also hast du dir schon mal einen runter geholt während du deinen Fuß gehalten hast? Nein Das habe ich jetzt nicht gemacht Aber ich würde gerne demnächst mal in den Swingerclub gehen tatsächlich Ei Ei Ich sag's wie es ist Gut ich bin vergeben schon seit 12 Jahren Aber äh war gelogen Aber ähm So ein Swingerclub finde ich voll interessant man Ja ich denke auch dass ich das demnächst mal machen werde in Bochum Gibt es einen Da kannst du den ganzen Tag lang für 39 Euro abhängen Oha Und kriegst auf jeden Fall Essen und Trinken für umsonst an so einem Montag Digga allein dafür lohnt es sich dass ich schwörste Ich glaub deshalb Also all you can eat Freunde Ja Digga Digga ey okay Gyrosensor alter Ich schwör ey weißt du das aber Ich hab damit unsere Küche ausgemessen und das hat einfach fast perfekt gepasst alles No fucking way Jaja übelst wild man Ja guck mal hier Ah shit Ich bin der Man mit dem dicken Zollstock weißt du wie ich mein Oh Ja ich seh dich gerade nicht man Scheiße aber es wird bestimmt Ich hoffe du zeigst deinen Schwanz gerade Egal So We go again Welcome to San Andreas I'm CJ Hahahaha 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 Das ist ja Das ist ja eigentlich gut man Hahahaha Ah classic Ah kennt man Ja ja Kenn ich schon Bro Tut tot sind weh man Ja Das ist aber auch schön Das ist halt sick Hahahaha Oh mein Gott Oh mein Gott Hahahaha Hahahaha Ah 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 Oh 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 Digga Ich dachte so hart Das ist so Oh Hahahaha They got me Ich sag's dir ehrlich Okay Du dürft das gerne machen Digger Junge raus alter Komm eins gucken wir noch Keine Ahnung Digger ich hab keinen Sex Oh Stacy Oh ja Aber sie schon oder was? Jaja sie schon Okay perfekt damit rein ins Outro Ey Leute Das war TikTok Memes mit One Egg Memes und Paco Memesters Das war wild Tschüss Haut rein Yo ihr Endstream aus dem Swingerclub Ohne Scheiß Du wirst jetzt lachen ne Aber ich hab heute geguckt wie man auf Chatobait streamen kann Weil ich mir dachte wie witzig wäre das Ohoho Die über 18 sind Mein Schwanz zeige Ne nicht unbedingt wegen meinem Cock Sondern einfach allgemein so Content der nicht auf Twitch sein darf Ja aber der halt trotzdem jetzt nicht menschlich verachtlich ist so ne Dass ich den dann halt einfach auf Chatobait machen könnte Ja